Willkommen Leute zum großen Ender-Drachen-Spezial in Medi-Craft-Attack Und ja, wir haben hier fast alle dabei, die auf dem Server sind Außer Nekrug und Iluj Ich glaube, Iluj ist eh inaktiv Ilui, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal Mein Gang Ja, nice, ihr habt hier schon ein bisschen was gebaut Und mal sehen, was das heute wird In der Folge So, dann kann man denen nicht danach dann noch endlich die Purpur-Dinger und so weiter fahren Wir fangen jetzt einfach an, okay? Ja Ich baue mich zu den... Ich baue mich schon mal zu einem hoch So... Warum steht der schon das Portal? Ich gehe dann mal... Ah ne, ich hole mir erstmal Endbricks, weil sonst... Versteht, es wird nur erst aktiviert, wenn wir den Ender-Drachen getötet haben Du hast echt viel Ahnung von diesem Okay, einer ist schon mal weg Ich habe auch noch einen Kristall weggemacht Hat jemand einen Pfeil für mich? Ähm... Ja, ich habe 30, glaube ich noch Ich habe 6 Pfeile Na toll Ach, ich glaube, Worte, habe ich Infinity? Ne Ich habe Infinity... Ah, ich habe meine Rüstung schon ziemlich angeschlagen Ich versuche im Nahkampf ein bisschen was zu machen Ich versuche im Nahkampf ein bisschen was zu machen Die 1 Okay Nicht schlecht Ne, wo muss ich jetzt eigentlich hoch? Da muss ich ja gar nicht hin Äh... Wo ist denn noch Gitter? Oh shit 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 Ich bin im Drachenatem Ich bin im Drachenatem Ich bin im Drachenatem Und eben meinte ich noch passt auf nur im Drachenatem Was ist der Drachenatem? Keine Ahnung Oh, der ist aber auch laut, äh... Das ist echt schlimm Ähm... Ich mache ich kurz mehr auf 1% die Lautstärke Auf, nächster Down Da scheine ich auch Die sind die schon? Ja, die ist schon So, nächster Down wieder 2 Ich habe fast verweckt Hi, Jordan Hi Soll ich das auch machen? Nein, den hast du gerade dann gemacht Den wollt ich ja Nicht gerade dann machen Deswegen hab ich mich nicht hoch gebaut Oh Gott to die Der oben ist dann und der oben ist schon dann Dann vị Grafikeinstellungen Sichtweite, 28 chance endlich sieht man mal ein bisschen was ja ich stelle meine markt 12 es sind schon alle download ja kann ich nicht denken keine feine verschwenden doch das geht richtig dunter und das geht nur wegen dem nahkampf jetzt runter das ist richtig okay wenn du einfach drauf schlägt von der seite ich würde sagen 2 also ich bleibe zumindest schon mal in der luft mit oben also auf so einer säule bleiben bitte auch bleiben am besten auf dem boden dass wir uns ein bisschen verteilen oh fuck alter dieser drachen hatte mich echt stark ich habe mich perfekt getroffen damit ich hab mir auch mal gut getroffen wie wir jetzt haben wir jetzt haben auf jeden Fall die auch heute kommen wenn ich mich hören ich muss jetzt hier einfach nur muss die durchgeht doch Gott man kommt dann nicht mehr richtig an und alles voll mit drachen halten worden Taktikwechsel und zwar wollen wollen und auch der ist down das ist ja ein schlag ich habe mich runter gesehen diese animation ist immer so geil ach der da ist das ging gar schnell okay äh muss kann man hat jemand enden abhellen ich habe jemanden abhellen ich habe auch zwei wartet so nehmen wir können eine Fackel nehmen einfach ja das hat ich gerade vor mit dem ich will das Ei ich hab auch noch Fackeln wir brauchen aber keine von dir erstmal einen zu tief und natürlich hast du es wieder ich wollte es machen ja jetzt hab ich das wird eh offentlich gemacht ja trotzdem ich wollte es holen ich hab meine Rüstung ist angeschlagen ich bin dafür dass wir jetzt alle auf Joachim gehen doch bin ich ah ich mach mich wir müssen äh ich fahre mir zu ändern ich fahre mir auch in der Ferne auch genau das was ich gerade tun wollte ich wollte man nicht lieber erst mal ein zweiter Enter gibt es auch Enderman ja deswegen ja Enderman Farm genau dass wir da reinkönnen. Na ich hab zwei ich hab eine momentan noch ich hab auch noch einen hör mal auf mit deinem Feuerschwert, das nervt dich hm ganz wenig ich schlack gerade richtig viele äh kaputt links kämpfe ich nicht mit der Axt gegen Enderman ja ich muss ja mit meinem Schwert ist halt ein Feuerschwert ja das ist keine Rede die außerdem Feuerschwerte sind gegen die eh effiziver ach ne weil ich hier auf dieser Ender Insel wo wir jetzt eh alle verteilt Enderman killen äh da ist es doch eh gerade besser wenn die eh brennen dann porten die sich rum und dann locken die irgendwo in der Küche oh Junge das ist doch eigentlich scheißegal es sind so viele hier wir brauchen doch nicht viele Junge so ich habe jetzt schon fünf Stück uuuh der kleine geht noch nicht los ok ist hier mal voll schwer da durchzutreffen wo ist denn jetzt eigentlich das Portal das andere ach da hinten nein ich baue schon mal einen Weg da hoch oh oh scheiße da verfolgt mich noch stimmt hochbauen würde ja übersehen ergeben ich hab die ganze Zeit ich hab grad sieben Ender Perlen dahinter wo auch wo und nicht keiner hat getroffen so ich werde fast gestorben ich bin am erweiterten End lol ich hab getroffen von hier unten ich versuche auch lol ja ich nehm den sicheren Weg ich hab das auch versucht aber naja ich hab nicht getroffen ja ich hab mit sieben Ender Perlen nicht getroffen und dann hab ich nicht getroffen hab ich hatte aber ich hab mich gerade dieser Alkogos Kokosbruchschule wie heißen ich hab doch eine ich hab doch eine mit Behutsamkeit ich depp doch nee die ich hab meine Zorte vergessen ich hab meine nicht dabei oder was du ich hab meine auch nicht dabei doch das ja Behutsamkeit bringt aber kaum was doch meine Behutsamkeit hab ich dabei jetzt hör mal auf du scheiß in der Merk boah geh mich nicht auf den Saar ich rede hier ganz viele Inseln da heißt das ist auf den Inseln ist da irgendwas drauf oder so keine Ahnung du kannst die Blüten drauf finden aber haben wir ja alle schon ne oh oh das war jetzt richtig knapp ich bin schon gefallen und hab noch den Block gesetzt das ist die Blüten ja ich höre mir jetzt auch diese komischen Blüten da ihr könnt euch alle einfach zu mir tp'n ich bin schon immer weiter im End ich auch ich bin noch nicht immer weiter im End ich gehe da weiter im End was soll man eigentlich mit diesen Kokos Frucht da machen damit kann man Essen machen ja man kann die auch einfach so essen ich war grad an einem schlechten Ort oh leid NEIN oh Gott so ich hab mal alles zugebaut rund rum und ja dann guck schon mal rein hast du noch ne Enderperle übrig oh shit jetzt hab ich ah gut so wow also hier ist das Spawn dann mach ich auch mal ein paar Fackeln hin shit ich hab doch gar keine Lytra an ja ähm klappt sehr gut also also ich hab eine Enderperle geworfen von vorne direkt rein ich bin nicht drin da liegt eine Enderperle an den ganzen Endermann die mich jetzt angreifen vorbei ich bin immer stolz auf sich deswegen Max pass auf dass ich die nicht runterschlage oh shit Alter ich bin ich bin einfach hier noch nicht hier draußen ja Endermann töten ich versteh nicht was das für Plattformen hier sind die hier schweben keine Ahnung was ich auch ja das ist halt so inselmäßig das End ja das du dich von Plattform zu Plattform importieren musst um dann zur nächsten großen Insel zu kommen das geht eigentlich vielleicht man tötet einfach immer wenn man Enderperlen braucht so viele Endermann bis man weder welche hat um sich weiter zu tun ja man muss auch richtig treffen sonst triffst du die Seite und fällst runter ich kann schon meistens sind ja auch nicht so große Entfernung naja ich hatte auch schon schwierig aber es ist voll angenehm mit so einem Booting-Schwert man tötet einfach so einen Enderman und der tropft drei Enderperlen manchmal jo sie so nix ich mit mir an hier kleiner ach stimmt ich brauch ich stimmt ich brauch doch gar keine äh behutsamkeit spät sagt ich hab doch mein Geburtsamkeitsachs ich bin mit dem Buchstaben benutzen n ich bin nicht dumm und zum Teil doch nur Axt ist dumm ich weiß gar nicht sie sehen ich habe einfach mal Axt verzaubert und dann ist da Beholsamkeit drauf gekommen zwei Versehen sagt doch dann kommt es aus ausgabe ich habe schon mal neun blüten und ich ziehe jetzt mal die lütreinheit ich habe jetzt zwei blüten also zwei flowers in deutsch zu wenig blöcke das kann man kurs und wie kriegt ihr denn die blüten wie kriegt man in die blüten direkt abbauen ja sonst so ich würde auch sagen wir können die folge jetzt beenden wir sind bei über zehn minuten schon ja dann macht man mal eine app junge dann machst du eine etwas längere special folge na ich hoffe ich schaff das mit dem hochladen dann melde dich doch bei youtube an und kriegst du auf diese spezielle länge wir können noch eine zweite machen heute max ist meine pflanze hier für neujahr war doch mal aufs erstes ja da stimmt können wir ja auch noch mal zuerst wie ein schluss magst du dich töten von den fluten auch relativ viele jahre und ich darf ihn töten das war schon immer mein Traum und mit überprüfen mit nun sein kann ein übernehmen alles klar er war jetzt schlecht das war nur weil er schlecht mit eigenen kanal er hat er mitbekommen dass er macht jetzt auch die lieben er was bewegt denn wenn er es schenkt mit cash an und mit royal auf warum das spiel ist nicht sonderlich gut es ist ziemlich langweilig und dumm ich werde ausgerast dass wir jetzt beide zu schlecht haben man bekommt dafür klicks ich bin auch schon oft ausgerastet bei dem spiel denkt man bei dir gar nicht ich habe ja schon ein paar folgen hochgeladen ich glaube bei der letzten am ende da war ich ziemlich angepisst mal wenn ich solche spiele machen würde ich freue mich schon wenn ich mit einem pc hat mache ich auf jeden fall videos zu um erhält formel 1 er macht an er wird wie er will ich so oft aus aus ich mache ein video zu total war ganz klar war auch immer okay das ist dann der Grund warum ich deinen kanal auf jeden fall nicht schauen werde auch nur videos zu total war ich finde total langweilig die spannende die schlachten sind gesprungen spannende halt die weite flügelkommando die bettel eben der hast gerade zu klären kommande aufsuchen ein so kann ich sagen aber eigentlich diese er die schlachten sind genau dasselbe wie zum commander und ich mag auch und ich mag auch die das zeug also in morgen mal dafür so ein geiles spiel macht einfach spaß und ansonsten vielleicht noch ein paar geschichtliche empfehlungen aus morgen okay an alle youtuber in unserer gruppe alle die das rausschneiden keine werbung für andere spiele machen so ich kann schneiden hier schneidet doch niemand in diesem ernsthaft ja ich schneide nicht warum nicht ich bin froh wenn ich das gerendert kriege dass mein programm nicht wieder zehnmal abstürzt achten im programm oder am pc mehr programm pc stürzt nicht ab wegen sowas und pc ist so hammergeil der schaff das schaff mein pc ist so scheiße dass ihr dabei abstürzt also rendern geht mit meinem pc und schneiden aber gute spiel also grafikkarte ist halt dreck meine grafikkarte ist mittel also ich kann damit eigentlich alles spiel neu spielen aber ähm mein problem ist und ich habe noch gar nicht richtig geschlagen wenn man dort nochmal sind gerade mal nicht zu mir kommen ja ich habe mir drinnen und ich habe mir mehr aufstehen ich habe mich geschafft weiter zu kommen naja dann mache ich das irgendwann anders ich gehe raus kommt man hier eigentlich auch außer sich töten und nicht nur einfach zurückgehen wieder mit dem ihr Portal wieder finden musst ja du musst halt dir den Weg merken oder Fackeln setzen da glaube ich töten effizienter ja ich kenne greift mich alle an ich bin jetzt hier die Hälfte Sturzflug in den Tod Sturzflug in den Tod Sturzflug in den Tod auf WhatsApp auf WhatsApp als mit meinem Handy halt ist voll komisch ich schalte mich gar nicht WhatsApp auf WhatsApp ok dann würde ich aber jetzt auch sagen wäre es das gewesen mit der Folge oder wir sind bei 15 Minuten aber ich will noch einmal ich fange jetzt ja an ein neues Haus zu bauen und einen ganz anderen Stil als die anderen Häuser die ich bisher gebaut habe im Ende Nein ich habe einen neuen Stil er hatte letztens eine Idee zu einem neuen Stil der ist eher moderner und sieht sicherlich auch nur in Specs gut aus wie ist der denn? äh sag ich nicht, bau bald einen also bau das bald drauf ja ich hab also den Stil der ist eigentlich nur Stonebrick Stil aber der Stil ist halt sehr viel mit Schrägen und alles also das ist halt nicht einfach so wie ich gerade ich hab, dass jeder sich nicht gut aussieht denn mein Schatz ist echt zu voll ich hab schon meinen einen Bildschirm kann man halt so hoch und runter machen ich hab schon ganz hoch gemacht damit ich da die Star Wars Bücher drunter legen kann also die Bank Trilogie um genau zu sein ich hab nämlich zwei und drei Detail noch bekommen ja da ja von meinem Laptop benutze ich immer so einen Stift halt als Maus ok ja und damit beende ich die Folge mit solchen großen Worten der große Warsch ja bis später tschüss 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 tschüss